Hey Leute, ich bin's, MacFabrik. In dieser Anleitung zeige ich euch beim MSI Gaming Laptop, wie man die Tastaturbeleuchtung ein-, ausschalten kann und regulieren kann. So, ihr reguliert und regelt das mit der Fn-Taste und dann mit der Bild-nach-oben-Taste. Da schaltet ihr das ein und könnt das entsprechend stärker oder eben mit der Bild-nach-unten-Taste wieder schwächer einstellen. Sollte diese Funktion nicht gehen, müsst ihr natürlich erstmal die Fn-Tasten aktivieren. Das könnt ihr mit Fn-Escape machen. Jetzt wäre es dann deaktiviert, dann würde es nicht gehen und so wäre es dann wieder aktiviert und funktioniert. Ich hoffe, diese Anleitung war hilfreich. Wenn ihr habt, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis dann, euer MacFabrik.